Ach, hier steht er noch. Das ist der neue Mönch. Dick und groß und schwer. Ich bin bestimmt ein paar hundert Kilo. Das ist der 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 Kilo. Das macht erst mal einen Damm, ne? Ja. Weil wir den ja noch ausgraben müssen, den unteren Mönch. Das ist der Kilo. Das ist der Kilo. Das ist der Kilo. Das ist der Kilo. Oh, okay. wie schwer ist er? 800 Kilo Deswegen haben wir ja Fotografen gestellt. Das Holz kostet ungefähr 1200 Euro, glaube ich. Oh, das ist ja ein Lochsage. Da kommt das andere Rohr durch, siehst du? Und noch die Tür weg. Darum habe ich die Handschuhe anbehalten. Jetzt wird das Gleitmittel aufgetragen, damit das Rohr richtig rein flutscht. Damit das Rohr nicht reinholt, die Muffe, weißt du? Dann werden wir es draufschieben. Da wollte ich doch alles draufschmeißen lassen. So, jetzt muss es von hier... So, jetzt kommt. So, jetzt kommt. So, jetzt kommt es ein paar Kilometer. Noch ein bisschen. Noch ein klein bisschen. Gut, gut. Da staunt der Reihe so. Ja, das flutscht da rein. Wenn da unten eine Leiste oder sowas lang geht. Auf dem Rohr ist er nicht. Geh mir mal die See. Also, ich hab diesen Rücktrick auf's alcanzatson. Die Verheilung wieder raus. Die Luftformel test. Untertitelung des ZDF, 2020